Die Fans von Florian Silbereisen und Helene Fischer sind außer sich vor Freude. In einer unerwarteten und emotionalen Ankündigung hat Florian Silbereisen öffentlich gemacht, dass seine langjährige Partnerin, Helene Fischer, schwanger ist. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Laufeuer und sorgte in der Schlagerwelt für Jubel und Begeisterung. Doch am Ende dieser großen Enthüllung gab es eine überraschend Wendung, die niemand erwartet hatte. Die Ankündigung erfolgte während einer großen Live-Show, bei der Florian und Helene gemeinsam auftraten. Die Stimmung war bereits von Anfang an voller Energie, als das Traumpaar ihre größten Hits performte. Doch es war während einer ruhigen, intimen Pause zwischen den Liedern, als Florian plötzlich das Mikrofon ergriff und das Publikum bat, ihm einen Moment der Aufmerksamkeit zu schenken. Helene und ich, begann er mit einem Lächeln, haben euch immer wieder besondere Momente aus unserem Leben geschenkt. Doch heute möchten wir etwas mit euch teilen, das uns überglücklich macht. Das Publikum hielt den Atem an, und es war offensichtlich, dass etwas Großes bevorstand. Helene, die neben ihm stand und ihn liebevoll anlächelte, schien zu wissen, was gleich kommen würde. Florian fuhr fort, ich kann es nicht länger für mich behalten Helene und ich erwarten unser erstes Kind. Der Jubel im Saal war überwältigend. Die Zuschauer sprangen von ihren Sitzen auf, klatschten und riefen vor Freude. Es war ein Moment purer Emotionen, und viele der Anwesenden konnten ihre Tränen der Rührung nicht zurückhalten. Helene, die sichtlich bewegt war, legte ihre Hand sanft auf ihren Bauch und bestätigte mit einem strahlenden Lächeln, ja, es stimmt, wir bekommen ein Baby. Die Nachricht über Helenes Schwangerschaft war das Gesprächsthema des Abends und beherrschte schnell die sozialen Medien. Das ist einfach unglaublich. Florian und Helene als Eltern, das wird wundervoll, schrieb ein Firma auf Instagram. Die Glückwünsche und freudigen Kommentare häuften sich, und alle waren sich einig, dieses Paar hat die Herzen der Nation im Sturm erobert. Doch während die Fans dachten, dass dies bereits die große Überraschung des Abends war, folgte noch eine unerwartete Enthüllung. Florian und Helene blickten sich tief in die Augen, bevor Florian leise hinzufügte, aber es gibt noch mehr, das wir euch sagen möchten. Das Publikum wurde wieder still, als Florian und Helene einander anlächelten. Wir sind nicht nur bald Eltern, sagte Helene mit einem verschmitzten Lächeln. Wir haben uns entschieden, diesen neuen Lebensabschnitt als Familie zu beginnen als verheiratetes Paar. Die Zuschauer konnten es kaum fassen. Florian und Helene hatten nicht nur ihre Schwangerschaft verkündet, sondern auch ihre bevorstehende Hochzeit. Die Freude war unbeschreiblich, und der Applaus wollte kein Ende nehmen. Mit dieser doppelten Überraschung haben Florian Silbereisen und Helene Fischer ihre Fans auf eine emotionale Reise mitgenommen, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Nachricht von der Schwangerschaft und der bevorstehenden Hochzeit ist ein wahres Geschenk für ihre Anhänger, die das Paar seit Jahren unterstützen. Die Fans können es kaum erwarten, Florian und Helene auf diesem neuen, aufregenden Weg zu begleiten und alle sind gespannt, welche wunderbaren Momente die Zukunft für die kleine Familie bereithalten wird.